Ja, hey Leute, alles klar. Och, ich komm gerade im Moment gar nicht klar. Ich hatte irgendwas auf meinem Kanal. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht viel besonders. Also ungefähr um die 4000 Klicks jetzt insgesamt. Gestern war das halt noch. Und heute geh ich on. Auf einmal. 3464 oder so. Hey, ich dachte so, was los? Ähm, wäre cool, wenn ihr da irgendwie, ähm, irgendwie Auskunft geben könnt, dass das vielleicht sein könnte. Weil, ich bin gerade total verwirrt. Naja. Es ist mal was anderes. Ich war ja gestern im Black Overs Store in Berlin. Ja, und, ähm. Gestern war ja, ähm, 2-Year-University, äh, 2-Year, also 2-Year-Geburtstag vom, ähm, Black Overs Store. Und, also ich, ich hab das erst mal gar nicht mitgekriegt. Ich wollte einfach mal hinfahren, also, um gucken, was geht und so. Wollen wir, äh, ja, also, dann hatte Harry Geburtstag, ja, das wusste ich eigentlich. Und, ähm, ja, ich hab jetzt, ähm, ja, ja, ich hab jetzt, also, Backside-Taste-Light, 2, ähm, äh, Das geht Flip-Out da auf, zum Obstern, und das könnte dann in, 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 den nächsten Video von, Der Dirty Harry之下 hier hin. Ja, ähm, Ja, ach ja, ich hab mir noch, ähm, ein paar Sachen geholt, natürlich. Also erstens mein neues Setup hier, also das Deck ist Burl Mode Raster White, also White Shape, sieht der richtig geil aus, das sind die Plies, hier ist das Shape, dazu habe ich die Blackover Truck, Super Silver und die Flatface wie das Turquise, Fert sich auf jeden Fall richtig geil, habe mich jetzt gut eingefahren mit dem Setup und vor aller Funktionen, vor aller Tricks, Fert sich richtig geil, also hier könnt ihr das nochmal sehen, Fairface work the case, passen richtig dazu, also Blackover Edition, sonst würden die ja nicht drauf passen, Ja, dann habe ich mir noch 5 Lagen FPS Tape geholt, super extra smooth, glaube ich, ja, richtig geil, und noch eine Box One, und ja, nur ein Sliders war schon dran, die Box One, die kennt ja jeder, ja, das war's erstmal, Also ja, war auf jeden Fall richtig geil gestern, und hat echt gebockt, hier gefahren, ja, noch jede Menge Sticker gekriegt, die sind dann, ähm, für, ja, für ein paar Kumpels, die auch Finger bohren, wartet, ich hol mal die Sticker, Oh, scotch und schweig. Oh, scotch und schweig. So, wie ihr das jetzt sehen könnt, also, soviel Sticker habe ich bekommen, das ist jetzt, ähm, äh, ich habe auch externe danach gefacht, hab auch ein bisschen, ähm, muss auch ein bisschen blechen dafür und so, aber nicht besonders viel eigentlich, ähm, besser gesagt, was sind die Spenden, in den Kasse eben, also die Sticker sind jetzt, äh, für Freunde, äh, die auch Finger bohren, und so, und, 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 ein paar Sengel sind auch für mich, ja, ähm, das war's erstmal, ja, also, gestern im Blick, oder was so, das war noch im FPS-Paket drin, also, gestern im Blick, oder was da war, Box One geholt, neues Setup geholt, ähm, Tape geholt, und Stickers geholt, ihr habt ja gerade gesehen, ja, ähm, danke fürs Zuschauen, äh, und, ähm, konnte ich euch nochmal, äh, wegen den, den aufrufen, also, wegen den Klicks, die da verschwunden sind, und ich komm gerade im Moment echt nicht klar mit, also, hä, ich geh so an, was, was da los, also, ähm, ja, erstmal, danke fürs Zuschauen, und, haut rein Leute, abonnieren, guck dir alle Videos an, haut rein, tschüss. Bis zum nächsten Mal.